Heute ist der 1. August 2011 der Nationalfeiertag der Schweiz und wir sind hier in Radio Lora, 7.5 MHz und ich bin hier mit Carmelita Sender, sie ist auch Mexikanerin wie ich und sie ist die Präsidentin von Radio Lora. Hallo Carmelita, wie geht es dir? Hallo, es geht nicht. Mir geht es gut, danke viel mal. Und dir? Sehr gut, danke. Carmelita, erzähl uns ein bisschen, was ist Radio Lora? Radio Lora ist ein Alternatives, Lokalradio in Zürich, für Leute von verschiedenen Ländern und Nationalitäten. Ursprünglich wurde es von verschiedenen Personen, verschiedenen Personen, Menschen, Schweizerischen Frauen gegründet. Die Sendungsmacher und Sendungsmacherinnen haben unverschiebliche Herkunft. Wir machen Sendungen in 23 Sprachen und es ist schön, weil wir kennen alle unsere Sprachen. Jugendlichen, zum Beispiel Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Schüttzerdüsch, der Dialekt ist ein bisschen nicht so gut, weil es gibt keinen Diktionär, Wörterbuch, aber 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 es gibt keinen Diktionär, wir verstehen meistens. Aber wie viele Sprachen gibt es hier in Italien? 30 Sprachen, es kommen Leute aus Iran, Afrika, Italien, Lateinamerika, du weißt ja, Lateinamerika, es gibt viele, viele Länder, die hier in Radio Lora, zum Beispiel Mexiko, und Peru, Colombia, Argentinien, vor allem in Lateinamerika, aber auch Leute aus Iran, China, und viele, viele aus Afrika. Aus Afrika haben wir auch viele Leute, die haben verschiedene Sprachen, verschiedene Dialekte, oder auch hier, die meistens kommen hier, um ihre Länder zu, die Kultur von ihren Ländern zu zeigen, und auch meistens haben politische Probleme, und hier können wir sprechen und sagen alles, was sie wollen, und viele Leute hören, weil du das willst. Diese Radio Lora ist international, wir haben Hörer und Hörerinnen aus Afrika, aus Neuzerland, viele Leute telefonieren mit uns, oder sind in Verbindung, weil wir machen Sendungen, und das kann man hören von, in Radio Lora, in www.lora.ch, und auch in Kabel, und viele Leute sind im Internet in Verbindung mit uns, auch in unseren Programmen. Und was hast du gemacht, heute hier in Radio Lora? Heute, meinst du, heute ist August? Ja. Aha, heute, Nationalfeiertag des Schweizer, heute wollte ich sprechen von Wilhelm Tell, weil ich als Kind hatte ihn sehr gern gehabt, in meiner Schule, meine Familie, meine Mutter hat immer erzählt bei Griechen, wieso. Mein Mann war erstaunt, als ich ihn kennengelernt habe, ich bin Mexikanerin, er war Schweizer, ist leider gestorben, aber er war erstaunt, dass in Mexiko viele Sachen von der Schweiz kennen wir, und die Geschichte, und er hat gesagt, Ah, ich hab so, ja, Wilhelm Tell, nicht nur Wilhelm Tell, wir kennen alle anderen, sie haben Wissenschaftler, sie haben viele, viele intelligente Leute hier in der Schweiz, es ist ein kleines Land, aber voll von Leuten, die sehr intelligente sind, und Wissenschaftler, äh, Poete, Musiker, alles, alles gibt da. Und dann haben wir wieder hier unseren Registorkameramann, Marcel, Marcel, ja. Okay, vielen Dank, Carmelita, um jetzt um uns zu verabschieden, zum Beispiel, ja, Marcel, ja. Sendest du Grüße an alle Leute, die, äh, argentinen.net? Oh, ja, sicher. Ich schicke ein sehr liebes Grüß an die Argentinen. 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 Puntnet. 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 Ah, liebe Grüße, und ein anderes Wanderwiese vorbereiten, das ist nur zufällig gekommen, und, äh, aber ich wünsche euch alles, alles Gute. Und die Schweizerinnen, die in anderen Ländern sind, auch ein liebes Grüß, und biblisch, tschüss, 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 tschüss. Und ich hoffe, dass es ein schönes Festival für euch ist, mit der Kameramann, Marcel. Marcel. Marcel, Marcel. 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 Marcel Jan. Marcel Jan, Jan, ja, na, aber es ist ein bisschen französisch, oder? Aber, bueno, es ist ein Schweizer auch, die sehr nett, die uns auch ein bisschen korrigiert unsere Sprache, ein bisschen unser Prozessor. Liebe Grüße an alle, Argentinen.net. Okay, vielen Dank, und, ähm, bis unsere nächste Mission bei Argentinen.net. Ciao, ciao. Liebe Grüße, wiedersehen, alles Gute.